ARD Text im Auftrag von Funk Wir machen so ne Aktion wo Patrick letztens die Sperre in den Kopf bekommen hat, wo wir zu dritt zusammen standen Achso, warte, Dingens Wer zuerst läuft Aber wir machen die krassere Sache, wir bleiben einfach stehen und werfen zwei Sperre hoch Okay, warte, warte, ich will auch mitmachen Der ist auch an der Todesleiter gerade, ey Okay, wir sperren drei Sperre hoch Wir bleiben ja echt stehen, ja? Jaja Okay Eins Drei Drei Los Oh Gott, oh Gott, oh Gott Alter 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 Ichhof Okay? Drei, Zwei, Eins und Wurf. generic Ja das steckt in meiner Schulter wahrscheinlich Du mehr kostet Bandage Nein, man, ich hab... Wie bist du Bandage? Wie geht das? Beim letzten Mal bin ich gestorben, wo ich das angewendet hab. Was? Äh, gedrückt halten, glaub ich, die Nummer dann. Also, wenn du's ausgewählt hast und dann einfach linke Maustaste. Oh, geil, ey. Oh mein Gott. Alter. Das ist einfach du. Ich zieh mal der Mutten-Sperr raus. Oh, ist meine Schuld. Ich kann russisches Speer... ...im Dunkeln spielen. Ja! Ja! Aber ich hab keine Bandagen mehr, ich bin raus. Hier. Geht mal weg, Alter. Ich hab' Bock auf euch, Mann. Doch, du spielst mit, Mann. Nein, Mann, ich weiß eh, wie's ausgehen. Schieß den Pfeil nach oben, komm. Alle schön zusammen. Patrick, schieß das einfach so ins Gesicht von der Seite. Hey, Patrick, hallo. Komm hin. Ne, 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 Mr. Stoppelt in der Kiste. Ne, 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 weg. Ich schieß das einfach zu Patrick, der kommt nicht mehr weg. Ich schwör, ich schieß den Pfeil, wenn nicht total weggeht. Eins, zwei. Ich sag's euch. Oh Gott. Oh Gott. Nein, Mann! St Vousаете ? X 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 Y X X X X Jose X Alter Hahaha Hallo Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich krieg mich nicht höher Alter Na komm, guck doch mal runter hier Oh, auch noch Alter Oh, ich lachste aus, Alter Das war schmisch, womit schlafst, sag ich Hahaha Fuck Ich wusste, alle drücken mich in eine Ecke und alle werfen hier direkt mehr auf mich, Alter